das werden wir sicherlich leute und meine mannschaft ist weg geil warum kann ich gerade nicht richtig markieren wir werden mit hier auf den berg mal gehen ich wollte sagen erst mal hallo willkommen wir jetzt rück zu bau 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 ich glaube ihr kennt das langsam mit das gedöns hier alles und was ich aber geil in diesem spiel findet dass man hier einfach mal markieren kann seine ja wie soll ich das sagen taktisch alles aufbauen kann so die sache ist bloß mir wurde dieses mal nicht richtig was eingeteilt deswegen wie sagen ist das schon okay so greift da ihn an ne doch da greift ihn an abmarsch mit er konzentriert euer feier er ab geht's angriff bis zum geht nicht mehr bis zum letzten mann so wir haben ja hier uns ein dings die ja wirklich noch nie benutzt habe irgendwas mit dem gemacht ich weiß auch gar nicht ob man irgendwas machen kann ach du scheiße ach du scheiße kommt mir doch nach liebe leute das wird eine falle sein hier hinten das ist schon geil hier so mitten im gefecht schreck auch scheiße scheiße Ah, fuck! Scheiße! Ah, wie kann man schreiben? Ich brauche Hilfe hier unbedingt. Die ganze Zeit war jemand bei mir. Feiglinge, die Männer fliehen! Scheiße, zuerst, du bist weg. Und der zweite auch gleich. Diesmal war er länger durchgehalten, habe ich das Gefühl. Der Tod ist da! Äh, die haben natürlich keine Chance mehr. Die haben natürlich... ...keine Chance mehr. Eine gute Frage, die ich jetzt natürlich habe. Dafür gehen wir mal jetzt in... ...das Hauptmenü zurück. Schlacht haben lassen, ja. So, meine Moss hat sich gerade wieder was zu essen schnappuliert. Ach, das finde ich so niedlich. Nie, sich was zu fressen raus schnappulieren. Die große Frage ist natürlich, spiele ich gerade gegen KI oder gegen reale Gegner? Ich habe das letzten Bad, aber ich habe das am Ende nochmal umgeändert. Und... ...natürlich müsste ich theoretisch jetzt dagegen richtige Spieler spielen. So wie es ankam. Mit dem Zeichnen und babababababab. Aber... ...wollen wir mal, Gott verdammt, sicher sein, was wir jetzt gerade hier machen. Und ein bisschen Angst habe ich. Also, Angst nicht, was soll schon passieren. Und zwar... ...wechseln, ja, okay. Du bist gerade im Kampf. Wir sind's... ...gegen Menschen spielen. Ja, kein Grund, dass wir so schlecht sind. Na gut, Leute, ich würde mal sagen... Ich bin Germanicus. Lassen wir mal... ...Germanicus da. Wenn euch der ganz Bad gefallen hat, kannst du ihn auch nach oben da... ...wenn ich einen Daumen hoch und schreibt mir in den Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Dann müssen wir nächstes Mal... ...sagt ihr mir das Wort. Ciao, ciao.